Das ist jetzt auch schon acht, neun Jahre her. Und zwar hatte damals einer Angehobenen sich ein Lied gewünscht von Agathe Bauer. Und wir haben uns in der Redaktion angeschaut und gefragt, was meint der Agathe Bauer? Bis einer draufkam, der meint dieses Lied hier. Und der hat aber immer Agathe Bauer verstanden. Und das fand ich mir so lustig, dass wir gesagt haben, Mensch, da machen wir eine eigene Rubrik draus, die FFA-Hit-Verhörer. Und seitdem rufen uns immer wieder Leute an und sagen, was sie in irgendwelchen Liedern hören. Wie zum Beispiel hier in diesem Lied, Riesenhit in den 80ern, Chris Norman, Midnight Lady. Kennen wir, ne? Haben alle Städte uns dazu getanzt. Und da hört man in der zweiten Strophe, Oma fiel ins Klo. Passt mal auf. Achtung. Sensationell, oder? Wie kannst du den Lied nie wieder steblos tanzen? Weil ich immer an die Oma denken muss, ja? Und man hört mittlerweile die krankesten Fachen in den Liedern, ja? Ich fang damit auch schon an. In dem letzten Lied, da höre ich plötzlich, äh, da kackt ein Eisbär. Und zum Abschluss kommt jetzt mein absolutes Highlight. Und zwar, das ist auch aus dem Oldie, und zwar Wully Wully, kennen wir noch alle hier. Und da versteht man den Satz, Walder macht die Dier zu. Passt mal auf. Und das Schöne ist, ich garantiere euch, wenn ihr diese Lieder jetzt im Radio hört oder auch im Park ist, ihr werdet nur noch diese Texte verstehen. Und nicht mehr das Original. Dankeschön. Applaus 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 Applaus